Die Aktienmärkte bewegen sich im Prinzip zwischen den zwei Polen Liquidität, Stimulus auf der einen Seite und Realität, Unternehmenszahlen, Konjunkturdaten auf der anderen Seite und mal schlägt das Pendel mehr in die Richtung, mal in die andere Richtung, zuletzt war es in die Richtung Realität, Konjunkturdaten, Unternehmenszahlen, Befürchtungen, dass das Ganze doch ziemlich desaströs wird, während zuvor bei der Rallye eben diese Liquidität und die Stimulushoffnung, letztendlich das war, was die Märkte getrieben hat und gestern dann nochmal Stimulushoffnung, die die Drehung an der Wall Street dann ermöglicht hat, die dann die Aktienmärkte insgesamt nochmal nach oben gebracht hat. Wie ist jetzt aber die Lage vor dem Wochenende, was wird da auf uns zukommen, das wollen wir uns jetzt mal anschauen und es startet in Deutschland, meine Damen und Herren, ungewöhnlich, aber wir haben um 10 Uhr das deutsche BIP, erstes Quartal, die erste Veröffentlichung, was wird da kommen, Erwartung, je nachdem, ob zum Vorquartal oder zum Vorjahresquartal zwischen minus 1,8 und minus 2,2 Prozent, das ist und wäre für die Amerikaner eine absolute Spitzenzahl, wir schrumpfen nur um und bei 2 Prozent bei den Amerikanern, da kann man entspannt nochmal eine Null dranhängen und es ist ja so, dass die Deutschen ihr BIP ein bisschen anständiger auch berechnen, weil die sogenannte hedonistische Methodik nicht dabei ist, die die Amerikaner anwenden. Diebe sagt, ich habe einen Chip, der kostet 100 Dollar mit einer Leistung von 100, ein Jahr später habe ich einen Chip, der kostet 100 Dollar mit einer Leistung von 200, dann ist das 100 Prozent Wachstum, weil der Chip ja doppelt so schnell ist bei gleichem Preis. Man preist also ein Stück weit technischen Fortschritt mit in das BIP-Wachstum ein, kann man vielleicht machen, ist aber natürlich ein bisschen beschönigend. Dann in der Summe jedenfalls das BIP heute um 10 Uhr bei Finanzmarktwelt, werden wir uns das genau anschauen. Das wird ein erstes Highlight. Dann hatten wir Zahlen aus China, die ich Ihnen hier mal in vier verschiedenen Grafiken zusammengestellt habe. Retail Sales, Einzelhandelsumsätze minus 7,5 Prozent, schlechter als erwartet, besser als erwartet allerdings die Industrieproduktion mit plus 3,9 Prozent. Ja, ja, die Chinesen, die schaffen Wunder Property Investment, also Anlageinvestition minus 3,3 Prozent. Und die Arbeitslosenquote ist sagenhafterweise gestiegen von 5,9 Prozent auf 6,0 Prozent. Das ist mal ein Schritt, meine Damen und Herren. Während die Amerikaner von 3 auf 20 Prozent steigen innerhalb von vier Wochen, sind die Chinesen mal von 5,9 auf 6,0 Prozent gestiegen. Wer es glaubt, wird ganz unbedingt selig. Und wie selig man wird, sieht man dann, wenn man sich mal andere Geschichten anschaut. Hier einen Tracker von Goldman Sachs über Industrial Activities, gestützt auf Satellitenbilder etc. Da sehen wir, dass wir in der Industrieaktivität nicht plus 3, irgendwas Prozent haben, sondern wahrscheinlich um und bei minus 10 Prozent. Und dass wir in Sachen Konsumenten bei minus 30 Prozent sind und nicht bei minus 7 Prozent. Das dürfte der Wahrheit viel eher entsprechen, als die offiziellen Zahlen, die wir vorhin gesehen haben. Die Amerikaner kommen heute mit ihren Einzelhandelsumsätzen. Konsum, das ist ja das, was wirklich entscheidend ist in den USA. Schon im Vormonat minus 8,4 Prozent unschön. Jetzt liegt die Erwartung bei flockigen minus 12 Prozent für den April. Ne, für den, ja, für den April. Das sind die Zahlen aus dem April. Dementsprechend wird es noch ein bisschen herber. Die US-Ökonomie ist ja so wahnsinnig abhängig vom Konsum, weil alles auf Dienstleistung orientiert ist, wie in fast allen angelsächsisch geprägten Ländern. Australien, Kanada, UK, USA. Überall dieser Dienstleistungsgedanke. Da packt Ihnen dann jemand eben im Supermarkt die Ware nochmal in die Tüte extra. Das gibt es hier nicht. Da ist also viel in diesen Sektoren, die eigentlich, naja, zumindest nicht zwingend erforderlich sind, sagen wir es mal so. Und das wird jetzt heute das große Thema in den USA. Wir haben hier mal eine Aufstellung mit einigen Daten aus den USA. Hier sehen wir Millions of Unemployed, 22,8 Millionen. Das ist um und bei jetzt Stand der Dinge. Wir sehen, dass das Confidence in the Economy deutlich abgestürzt ist. Wir sehen, dass die Gasoline-Producenten ihre Produktion um 17 Prozent zurückgefahren haben und dass Shopping at Retailers um 7,5 Prozent gefallen sind. Dass so ein paar Daten, Buying a House minus 9,4 Prozent, Flying on Airplanes minus 99,2 Prozent. Das heißt 0,8 Prozent fliegen noch, meine Damen und Herren. Und das ist auch mal eine spitzen Zahl. Das rechtfertigt eigentlich Anstiege von 10 Prozent bei den US-Aktienmärkten. Mal sehen, ob das heute noch eingepreist wird. Jetzt muss man erst mal einpreisen, dass Gouverneur Cuomo in New York gesagt hat, okay, die Stay-at-home-Order bleibt bis 13. Juni. Das heißt Ausgangsbeschränkungen. Man wird einzelne kleine Teilchen ab heute öffnen. In New York ab 15. gibt es einzelne Geschäfte, die wieder aufmachen. Aber in der Summe wird auch die New Yorker Wirtschaft nicht wirklich schnell wieder anspringen. 8 Prozent des gesamten US-Bips überall in Amerika. Da steigen ansonsten übrigens auch die Coronavirus-Zahlen. Nur in New York gehen sie runter. Wir haben in derzeit Texas jetzt als neues Zentrum offenkundig, nachdem dieses Bundesland ja geöffnet hat. Jetzt ist natürlich die Frage zwischen diesen doch eher bescheidenen Konjunkturdaten, um es mal vorsichtig zu formulieren, und den Aktienmärkten, da braucht es eine Brücke. Und diese Brücke ist die Fed auf der einen Seite und ist der Stimulus auf der anderen Seite. Die jetzt hat Sid Donald gestern ja diesen Punkt ins Spiel gebracht. Wir unterstützen eine neue Runde von Stimulus-Schecks. So heißt es. Heute steht ja zur Abstimmung an im US-Abgeordnetenhaus, respektive im Kongress, das, was die US-Demokraten eingebracht haben, nämlich 3 Billionen. Das kann Trump. Das können die Republikaner schon deshalb nicht akzeptieren, weil es von den Demokraten kommt und dann würden die Bevölkerung sagen, oh super, die Demokraten schenken uns 3 Billionen und die Republikaner haben da nur abgenickt. Das kann nicht passieren. Also wird man sich jetzt langsam zusammensetzen. Das wird dauern. Das ist ein Prozess, der sozusagen sich hinzieht. Dann haben wir wahrscheinlich an den Aktienmärkten wieder Rallys. Der Stimulus kommt. Der Stimulus kommt nicht. Dann geht es wieder ein bisschen runter. Das dürfte dann wahrscheinlich so passieren, dass dieser Stimulus vor allem für Firmen notwendig ist. Das sehen wir hier nochmal in einer Umfrage. Wie lange können Geschäfte aushalten, wenn sie praktisch, wie lange kann man Ausgaben praktisch jetzt noch decken? Das sagen 7 Prozent. Wir haben gar keinen Cash mehr. Etwa knapp 9 Prozent sagen, wir können ja so 10 Tage noch aushalten. Die meisten sagen, 25 Prozent der Befragten sagen, ja, ein bis zwei Monate können wir das noch überstehen. Das heißt, da muss eben die neue Liquidität her. Ja, das wird jetzt, solange der Lockdown nicht komplett gelockert ist, das zentrale Thema. Wer es auch richtet neben dem Stimulus, das ist die Fed. Und wir haben jetzt kurz vor Mitternacht deutscher Zeit die 9 Zahlen zur Fed-Bilanzsumme bekommen. Ist knapp bei 7 Billionen Dollar. 6,93 Billionen, das ist ein Sprung von 2,6 Billionen Dollar in zwei Monaten. 2,6 Billionen Dollar, das ist das Bruttoinlandsprodukt von sehr, sehr vielen Ländern addiert, zusammengerechnet. Das machen die mal eben in zwei Monaten. Und wir dürften möglicherweise nochmal 2,2 bis 3 Billionen bis zum Jahresende zulegen. Dann wären wir um und bei bei 10 Billionen. Man hat ja sonst nichts. Schauen wir uns mal an, wie schnell das jetzt gegangen ist. Die Fed ist praktisch in 5,5 Jahren, oder man hat 5,5 Jahre gebraucht, um von 900 Milliarden auf 4,5 Billionen zu kommen, was die Bilanznummer betrifft, zwischen 2008 und 2014. Und dieser Anstieg alleine entspricht dem US-Militärbudget von 4 Jahren. Und das US-Militärbudget ist ja nicht gerade ein kleines. Das alleine würde schon reichen, um die halbe Welt durchzufüttern oder vielleicht sogar die ganze oder die doppelte, je nachdem. Da ist also Unglaubliches an Geldmengenausweitung im Spiel. Und die Märkte eben zwischen dieser Geldmengenausweitung, die teilweise in die Märkte fließt oder fast nur in die Märkte fließt, und der Realität, die dann diese Bewertungen eigentlich nicht rechtfertigt, das ist der Kampf praktisch zwischen Fed-Put auf der einen Seite und ökonomischer Realität auf der anderen Seite. Wer will diesen Kampf gewinnen? Da sind die Aktienmärkte hin und her gerissen zwischen diesen Polen. Wir sehen, dass insgesamt die Bilanzsumme der großen vier Notenbanken, Bank of Japan, Bank of England und Fed und EZB, jetzt 44,5% des BIPs dieser Währungsräume umfasst. Wir kommen von etwa 35, 36%. Jetzt ist die Frage, wo schlägt das Pendel aus? Bank of America ist jetzt ein bisschen bärischer geworden. Wir haben gesagt, ja, wir sehen vier Gründe, warum die Aktienmärkte fallen und einer, warum er steigen sollte. Man sagt hier als bärischen Grund zum Beispiel, neue Welle von Corona-Infektionen. Das, was in den USA jetzt passiert, Texas als Beispiel, und man verweist eben auch darauf, dass außerhalb New Yorks die Fallzahlen weiter steigen, die Kurven nach oben gehen, dass man drittens praktisch total im Sinkflug ist, weil fast alle oder sehr, sehr viele Firmen keinen Ausblick geben auf das zweite Quartal, damit im Prinzip sich verweigern, messbar zu machen. Und das ist auch, was noch dazu kommt, Bank of America hat sich die Earnings Calls angeschaut, also praktisch die Konferenzen zwischen der Vorstandsebene und den Analysten. Und da sagt die Bank of America, dass die negativen Einschätzungen der Vorstände hier doch deutlich überwiegen, dass das sozusagen doch zeigt, dass die Geschäfte wahrscheinlich absehbar schlechter laufen. Da gibt es aber dann einen Bull & Beer Indicator, den Sie hier unten sehen. Das ist das einzige Argument, sagt Bank of America, das dafür spricht, dass die Aktienmärkte steigen, man sei extrem bierisch. Ich kann diese extrem bierische Einschätzung oder dass das Sentiment extrem bierisch ist, nicht wirklich teilen. Dazu gleich mehr. Jedenfalls hat auch die Citigroup jetzt eigentlich gesagt, naja, wir sind eher in einem Zustand der Euphorie, was die Märkte betrifft. Und wegen Tina, das sei einer der zentralen Gründe und weil sehr, sehr viele Leute neu an den Aktienmarkt hinzugekommen sind. Und das ist absolut der Fall. Hier sehen wir zum Beispiel die großen US-Broker E-Trade und TDR Ameritrade. Da sehen wir, wie die Anzahl der Konten nach oben geschossen ist, wie die Zahl der Trades nach oben geschossen ist. Und die Amerikaner sind wahrscheinlich zu 99,5% nicht auf der Short-Seite unterwegs, sondern die kaufen Aktien oder gehen in irgendeiner Form long. Also da kann ich von Panik nicht viel erkennen, eher Euphorie. Deswegen ist mir nicht ganz klar, wie da dieser extrem bierische Sentiment-Grafe herkommt. Hier kommt jetzt der Nächste. Der warnt, Mensch, die Aktienmärkte sind overvalued, sind viel, viel zu teuer. Mark Cuban, Tech-Entrepreneur und Besitzer der Dillis Mavericks, wo Dirk Nowitzki gespielt hat, jedenfalls. Der sagt, es ist praktisch unmöglich, die Zukunft hier vorherzusagen, was das für Unternehmen bedeutet. Da hat er natürlich einen richtigen Punkt. Die Frage ist, sind die ganzen Jungs wie Druckenmiller, wie Tapper, wie jetzt Mark Cuban, wenn die sagen, die Aktienmärkte sind überbewertet, sind die selber schon Short? Oder ist das einfach wirklich eine gute, rationale Einschätzung? Das ist eben die Frage, dass die Unsicherheit riesig ist. Sehen wir hier in einem Chartvergleich zwischen dem Willshare 5000 Total Market Full Cap Index. Diese Willshare 5000 umfasst praktisch alle Aktien, die in den USA gehandelt werden. Und dem Economic Policy Uncertainty Index, also dem Index für Unsicherheit wie Wirtschaft, wie Wirtschaftspolitik demnächst sein wird, in den nächsten Monaten sein wird. Und der ist massiv gestiegen. Das heißt, die Unsicherheit ist eben extrem groß. Gar keine Frage. Unsicherheit schafft auch das, was zwischen den USA und China der Fall ist. Die Spannungen verschärfen sich immer mehr. Jetzt eine Resolution, die die Amerikaner verabschiedet haben. Einstimmig, US-Demokraten wie auch Republikaner. Die Sanktionen wiederum gegen einzelne chinesische Politiker verhängt in Sachen Uiguren. Die Chinesen haben ja gegen Politiker, gegen US-Abgeordnete, republikanische Abgeordnete aus Mississippi Sanktionen verhängt. Die Amerikaner segeln fröhlich durch die Straße von Taiwan, provozieren damit China. Also man spielt sich die Bälle hin und her. Gestern huck Xi Jinping mit Attacken auf Trump. Man verdächtigt die Amerikaner, verdächtigen die Chinesen jetzt in Sachen Impfstoff, die Amerikaner ausspionieren zu wollen etc. Also da ist einiges nach wie vor in der Mache. Und wenn wir uns abschließend noch ein paar Märkte anschauen, dann sehen wir, dass der europäische Bankenindex im Grunde jetzt unter den Tiefs, der Tiefs handelt. Wir sind also tiefer als während der Finanzkrise, die ja im Wesentlichen auch eine Bankenkrise war. Und wir sehen, dass das auch in den US-Märkten der Fall ist. Der Bankenindex, die Finanzwerte in Relation zum S&P 500, etwa auf dem Stand des 2009er Niveaus, das die Wall Street gestern drehte, hat auch damit zu tun gehabt, dass die Finanzwerte gestern gekauft wurden. Dass also da praktisch die Drehung in den Finanzwerten, in den Bankenwerten passierte. Vor allem ausgebombt sind ja die kleineren amerikanischen Banken, weil man sich sagt, die haben viel weniger Substanz. Und wenn da Kredite ausfallen, dann haben die ein riesiges Thema. Was auch sehr abgestraft ist, ist Energie, sind Energiewerte in Relation zum S&P 500. Hier sind wir auf dem tiefsten Niveau seit der Great Depression, also seit den 1929er Jahren und folgende. Was wir hier sehen, ist keine Great Depression, sondern der Chart des Dow Jones von Capital.com. Da sehen wir, wir sind bei 23.630. Vorhin wieder typische Asienrampe, ein bisschen nach oben gezogen, wenn keiner genau hinschaut. Wir sehen den Darks aktuell bei 10.416 Punkten. Gold gestern ausgebrochen, 1.736. Bums, da ging ein Kerzschirr nach oben. Es war so eine Wedge, wie man immer im Englischen sagte, die eigentlich danach geschrien hat, ein bisschen nach oben aufgelöst zu werden. Fürchterlich viel Potenzial, ist allerdings wahrscheinlich nicht mehr im Gold. Jetzt für die nächsten Tage, nach meiner Einschätzung, wir sehen Euro-Dollar bei 1.0806 und schauen wir uns mal Brandöl an. Das geht nach oben bei 32.48$. Also das ist die Lage, wie sie sich vor dem Wochenende darstellt. Ping-Pong zwischen Fat Put, Stimulus und Konjunkturdaten, Realität, Unternehmenszahlen. Was wird siegen? Wo schlägt das Battle aus? Diese Frage muss sich noch entscheiden. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in den letzten Handelstag der Woche und wir freuen uns schon aufs Wochenende. Ich zumindest. Ich sage erstmal Servus und Ciao.